Oh! Leute! Jonge, du hast ihn gekriegt! Ich wollte dich extra blocken, man! Ja, Bombe haben wir trotzdem nicht! Oh! Und daneben hab ich geschossen hab ich auch! Komm jetzt, Sneaky Meaky Lake! Pff, schade! Ne, jetzt hol doch mal die Bombe! Kurz auf! You say all the time, rush me to B, dude! Er steht auch jede Runde, man! Du! Komm, rush ihn, Junge! Oh! Nein! Nein, Junge! Alter! Nice! Beste Flash EU! Ja, Mann! Hat der Blaue geschmissen! Was sollst du, du? Was ist noch einer auf 8? Was? Was, Mann! Ich bin drauf! Was ist das, Mann? Oder drauf! Ja, 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 ja! Borenso! Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Los! Flaschmark! Oh! Oh! Mann, was? 52 in 2! Ja, noob. Hey, VP. Okay. Junge. Lass mal, nur noch hier. Lass mal einen Turm bauen. 2 gegen 5. Lass mal einen Turm bauen. So, spring hoch. Wo guckst du überhaupt hin? Doppeldoss. Ja, ich auch. Ich zoom raus, er kommt. 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 Freunde der saftigen Unterhaltung. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das war ein kleines Best of nur von so ein paar Ründchen, die wir gespielt haben. Nicht mal ein ganzes Matchmaking Spiel. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, lasst es uns wissen. Ich habe davon noch einiges, wo wir auch auf den Sack kriegen und wo wir auch gut verteilen und die Gegner echt ziemlich sauer waren beim runden Wechsel. Das war ja so ein kleines mal eben zwischendurch Best of und 200 Abonnenten Special ist auch noch in Planung. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Aber erstmal vielen, vielen Dank für die 200 Abonnenten. Ihr seid echt klasse. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Piddles. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.